In diesem Video schauen wir uns das nächste Marvel Comic an, außerdem haben wir den nächsten Drop vor der Tür und wir schauen uns auf jeden Fall die Designer-Cont London 2022 Drops an für den ersten Tag und hier habe ich auf jeden Fall noch eine interessante Meldung von Meta mit dabei, das sind wir jetzt in diesem Video. Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's, der Captain und heute am Steuer mit den schon eben genannten Themen und ich würde sagen, wir halten uns lange gar nicht auf, wenn du in Zukunft keine Videos von mir verpassen möchtest zu solchen Themen, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt auf jeden Fall rein mit den Themen. Als allererstes haben wir das nächste Comic mit dabei und das ist Amazing Spider-Man 300. Ich muss sagen, für mich auf jeden Fall ein sehr cooles Cover, auch unter anderem mit dabei. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch diese Cover gefallen hat, aber ich finde persönlich die Kamen hier extrem cool. Das Ganze droppt heute um 17 Uhr deutscher Zeit und ist auf jeden Fall für mich ein Bye. Das Ganze wird außerdem in einer super Limited Edition stattfinden, das heißt, es wird insgesamt nur 10.000 Editions geben. Das Ganze wird außerdem die First Appearance of Venom mit dabei haben. Das Ganze wird natürlich an der Stelle wieder exklusive Rare und Ultra Rare Cover haben bei Salvador Loraca und Edgar Delgado. Das Ganze wird einen Listenpreis von 20 Gems haben, was ich doch relativ exotisch finde für dieses Comic, aber wenn dieser Preis von Marvel so gewünscht ist, dann wird das natürlich auch umgesetzt. Wir haben hier außerdem 6.000 Cummins, 2.250 Uncommon, 1.000 Rare, 500 Ultra Rare und eine 250er Auflage von Seagood Rare, was natürlich an der Stelle sehr, sehr wenig sein wird. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das Comic tatsächlich relativ gut gehen wird, weil es doch relativ beliebt ist auf dem Comic Markt. An der Stelle sollte man sich auch nicht laut Chris auf jeden Fall hier an Go Collect nur orientieren. Er hat da doch nochmal eine ganz andere Sicht und dementsprechend orientiere ich mich tatsächlich nach ihm. Und 1.550 Dollar sind natürlich aber auch an der Stelle nicht wenig für eine 9.6. Das darf man an der Stelle definitiv nicht vergessen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze sich bei der Common etwas unter Retail entwickelt. Das werden wir dann aber sehen, wie sich das Comic allgemein überhaupt etabliert in die App. Wie viele dann auch das Comic mit der First Appearance of Venom haben wollen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich könnte aber gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob dieses Comic hier unter Retail geht oder auch nicht. Ansonsten haben wir auch den nächsten Job mit dabei. Und der nächste Job wird Mittwoch stattfinden. Und wir sehen hier einen Collectible Job und zwar Dr. Otto Octavius beziehungsweise auch unter dem Namen bekannt Dr. Octopus. Für mich persönlich ein Job, den ich mitmachen werde, wenn ich weiß, wie die Jobdetails aussehen. Je nachdem, wie viele Gems das sind und ob er animiert ist oder auch nicht. Zum 83. Geburtstag von Marvel bekommen wir das Ganze hier am Mittwoch um 17.00 Uhr. Ein Blindbox-Format mit insgesamt drei digitalen Collectibles. Ich hoffe darauf, dass wir mindestens zwei Schnatsche bekommen und einmal animiert. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf deine Meinung, wie du zu diesem Collectible stehst. Von der Grafik her muss ich sagen, bin ich nicht allzu überzeugt. Also dieses Gesicht sehe ich jetzt schon in sehr, sehr vielen Memes, ehrlich gesagt. Ja, muss man sehen, muss man mögen. Man muss natürlich auch ein Dr. Octopus-Fan sein an der Stelle. Aber wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr zu diesem Job steht. Und ansonsten schauen wir uns mal die Designer-Con London 2022 Jobs an für den ersten Tag. Und hier sehen wir nämlich als allererstes Scott Tellerson um 15 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze ist nur ein einzelnes Collectible und wird hier das D-Con-Maskottchen in der UK Edition sein. Das Ganze wird einen Listenpreis von 25 Gems haben, eine Edition sein von 2888 Stück und eine Common sein und eine Con-Exclusive sein. Als nächstes haben wir dann Kai Chao. Wir haben hier einmal die Uncommon. Das Ganze wird insgesamt einen Listenpreis von 25 Gems haben. Das Ganze wird auch am Blindbox-Format stattfinden. Editions gibt es hier nur insgesamt 750, was an der Stelle schon sehr, sehr wenig ist. Edition-Type ist an der Stelle natürlich eine Con-Exclusive. Anschließend haben wir hier die Dior Edition in der Rare-Variante. Das Ganze wird 550 Gems kosten und eine Con-Exclusive sein. Anschließend haben wir dann die Kai Edition, 450 Editions und natürlich wieder ein Listenpreis von 25 Gems. Und eine Ultra-Rare wird das Ganze als Rarität sein. Das Ganze wird um 16 Uhr deutscher Zeit droppen am Samstag. Anschließend haben wir dann den Drop von X-Large mit diesen animierten Affen an der Stelle. Das Ganze wird einmal als Rare verfügbar sein mit einem Listenpreis von 50 Gems und einer Edition von 1088 als Con-Exclusive natürlich gelistet. Und dann haben wir noch als zweites einmal die Oldschool-Variante bzw. der heißt Oldschool und ist eine Ultra-Rare. Der Listenpreis natürlich wieder 50 Gems, weil es im Blindbox-Format ist und 788 Editions. Das Ganze wird um 17 Uhr deutscher Zeit am Samstag droppen. Anschließend haben wir dann noch Val-Free. Insgesamt wird das hier keine Blindbox sein. Wir werden hier einen Listenpreis von 25 Gems sehen und eine Edition von 1188. Das Ganze wird eine Rare sein und natürlich eine Con-Exclusive. Anschließend haben wir die Rare dazu. Das Ganze wird 65 Gems wieder kosten, eine Editionzahl von 1188 Stück haben und als Rare gehen. Anschließend haben wir dann nochmal eine Rare und das Ganze wird wieder auch 1188 Editions haben. Listenpreis auch gleich und das Ganze wird um 18 Uhr deutscher Zeit am Samstag droppen. Schreibt mir bitte mal sehr gerne in die Kommentare, welches Collectible ihr hier auf jeden Fall mitnehmen werdet von der Deacon oder ob ihr gar keins mitnehmen. Und zum Schluss gehen wir nochmal ganz kurz auf Meta ein, denn es ist ab sofort möglich in ausgebildeten Ländern sein Wallet zu connecten mit Instagram und dort auch seine NFTs zu zeigen. Das Ganze meines Wissens nach funktioniert über Polygon wie auch Ethereum. Das heißt ihr könnt euer Wallet damit verbinden und dann sozusagen die NFTs dort eintragen. Finde ich extrem extrem cool und ich bin mal gespannt wie sich das Ganze auch durchsetzen wird. Und ich bin aber überzeugt, dass wir hier in Zukunft auch Vivi Collectibles sehen werden. Ich meine Vivi sitzt auf der Ethereum Blockchain, warum sollte das denn nicht möglich sein? Ich bin aber mal gespannt wann das Ganze denn dann mal umgesetzt wird. Vielleicht kommt das dann auch zusammen mit einer Marketingstrategie noch einher, dass hier direkt darüber auch dann Marketing betrieben wird. Wäre natürlich an der Stelle über Facebook wie auch Instagram extrem lukrativ und für Vivi wahrscheinlich auch extrem rentabel. Außerdem hat Marvel natürlich auf diesen Social Media Plattformen auch nochmal eine enorme Präsenz, was das Ganze an der Stelle auch nochmal pushen würde. Und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit diesen ganz kurzen Infos einmal zum Dienstag. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dir im ganzen Video auch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.